Hallo alle zusammen, ich habe hier von Klim den tragbaren CD-Spieler und ich möchte einfach mal kurz zeigen, was der alles kann. Also man macht ihn hier unten einfach an und wenn eine CD drin ist, dann lädt er das auch ganz gut. Normale CDs liest der super und ich kann sogar joggen gehen damit. Also im Vergleich zu meinem alten, der wirklich schon mehrere Jahre oder Jahrzehnte schon alt ist, ist dieses Modell, was dieses Antischock angeht, hervorragend, muss ich sagen. Er hat zudem Bluetooth, kann also hier Bluetooth aktivieren oder deaktivieren und kann dann hier über BT Search sozusagen meine In-Ears zum Beispiel suchen und kann dann meine eigenen Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer verwenden. Ich kann also eine Bluetooth-Box zum Beispiel draußen im Garten damit betreiben. So, all das ist möglich mit diesem Klim-tragbaren CD-Spieler, wobei als ich Bluetooth aktiviert habe, kann man ein ganz leichtes Rauschen zum Beispiel in meinen In-Ears hören. Das hatte ich jetzt nicht, als ich die mitgelieferten Lautsprecher hier über diese eins von diesen beiden Klinkenanschlüssen angeschlossen habe. Kann also auch an meinen Lautsprechern liegen. Gut, möchte ich hier wieder zurück, geht es glaube ich hier. Ich habe hier die Möglichkeit, Equalizer einzustellen. Da gibt es Pop, Rock, Jazz und andere. Und das macht wirklich einen kleinen Unterschied. Es ist also gut gewählt, diese Equalizer-Funktion. Ich habe letztendlich ein Radio und ich kann ein Programm erstellen, dass ich sage, zuerst soll das Lied 5 und dann das Lied 10 und dann das Lied 1 gespielt werden. Also alles das ist mit diesem CD-Spieler möglich. Kommen wir nochmal kurz dazu, was er abspielen kann. Ich habe wie gesagt normale CDs, keine Probleme gehabt. Ich habe auch selbst gebrannte CDs gehabt, hat er auch gut abgespielt. Bei einer MP3-CD hatte ich ein bisschen Probleme, aber das kann sein, dass ich die irgendwie falsch gebrannt habe. Genau, gut. Was möchte ich noch zeigen? Hier kann man die Lautstärke noch verstellen. Die ist relativ laut, muss ich sagen. Und ich hätte mir gewünscht, dass hier vielleicht ein bisschen mehr Abstufung nach unten hin möglich gewesen wäre. Besonderes Highlight sind wie gesagt diese zwei Klinkenanschlüsse. Man kann so zwei In-Ears oder Kopfhörer anschließen. Hier wird das über einen USB-C-Anschluss geladen. Und ich habe sogar die Möglichkeit, hier eine Micro-SD-Karte einzustecken und MP3s darüber zu laden. Kommen wir vielleicht nochmal kurz zur Verarbeitung. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Also die Verarbeitung ist völlig in Ordnung. Ist aber noch ein bisschen weit davon entfernt, sage ich jetzt mal, vom CD-Spieler, der jetzt mehrere hundert Euro kostet. Also das ist jetzt vielleicht nicht hundert Prozent gerade verklebt, aber in diesem Preisbereich hätte ich auch nichts anderes erwartet. Gut, kommen wir zum Schluss noch zu den mitgelieferten In-Ears. Das sind die hier. Der Klang ist wie zu erwarten, ich sag mal, okay. Man kann damit Musik hören, über weite Strecken. Schön ist, dass dieses Lautsprecherkabel auch ziemlich lang ist. Der Klang hiervon ist ziemlich voluminös, mit wenig Tiefgang und da fehlt so ein bisschen das Klare von diesen In-Ears. Also wer vielleicht schon eigene In-Ears, Bluetooth oder kabelgebunden zu Hause hat, dem empfehle ich wirklich die dann zu verwenden, um hier mit Musik zu hören. Vielleicht nochmal zum Schluss. Dieser CD-Spieler wird letztendlich mit dieser Tasche mitgeliefert. Und diese Tasche ist einerseits schön handlich und klein und andererseits auch ziemlich robust. Also die würde auch mal einen Sturz abhalten. Und wie man hier sieht, passt da auch ein Kopfhörer in ihr rein. Ist also wirklich gut durchdacht, das ganze System.